Wow, also so sehen die Dächer von Autos aus. Los geht's, Schrittgeschwindigkeit. Guten Tag, Ma'am. Ihnen auch einen guten Tag, normaler Mann. Es fällt keinem auf. Äh, wie ist das Wetter da unten, du kleiner Idiot? Seine Hose ist runtergerutscht. Wir sagen's ihm noch nicht. Daran, wie ich laufe, könnt ihr alle sehen. Ich lauf die ganze Zeit, denn ich kann richtig gehen. Cut away! Tja, irgendjemand wird heute mit mir schlafen. Sag das nicht, sonst taucht Quagmire hier auf wie der Roadrunner. Ist schon gut, deine Vagina ist nur ein aufgemaltes Loch. Morgen, Stella. Morgen, Pyga. Hören Sie, ich muss Sie etwas fragen. Gestern Abend, äh, gestern Abend habe ich über Sprichwörter nachgedacht. Und, und, da kam mir folgende Frage. Sind Sie, und das meine ich ernst, sind Sie lieber, und das meine ich wirklich, wirklich ganz ernst, sind Sie lieber, und ich will's wirklich wissen, lieber der Spatz in der Hand oder lieber die Taube auf dem Dach? Griffin, können wir unter vier Augen sprechen? Stella, drehen Sie sich um. Das ist das Gute daran, wenn man eine taube Mitarbeiterin hat. Und außerdem kann ich an meinen verbalen Soundeffekten arbeiten und es muss mir nicht peinlich sein, dass ich sie noch nicht gut drauf hab. Wovon sprechen Sie bitte? Ich spreche davon. Das ist ein Helikopter, der über einer Frau in einem Swimmingpool schwebt. Tiere kann ich auch, das ist eine Maus. Maus? Also das ist schon perfekt. Spinnst du? Das kannst du nie auf Ex trinken. Logisch kann ich das. Ich hatte heute Morgen erst vier Bier oder so. Er zieht es durch. Es bringt ihn um, aber er zieht's durch. Und wie Sie sehen können, läuft der Verkauf ausgezeichnet. Griffin, Sie sind gefeuert! Na, ist mir doch egal. Krankenversicherung? Ich hab zwar keinen Job mehr, aber meine Alkoholvergiftung müssen Sie trotzdem bezahlen. Was zum Teufel? Was ist denn hier unten los? Das ist eine Waschmaschinen-Sache. Hau ab, du Sackgesicht! Äh, sag mal, bleibst du bis zur Beschneidung? Nein, das will ich nicht sehen. Das ist ein Besuch! Ja, sag mal, bleibst du bis zur Beschneidung? Untertitelung des ZDF, 2020